Hallo alle zusammen und herzlich willkommen im heutigen Milka Mittwoch. Du bist gar nicht Milka. Du bist Toffi, Schatz. Oh Mäuschen. Milka liegt nämlich draußen in der Sonne und schläft, deswegen wollten wir die nicht stören. Toffi war höchst motiviert hier mitzuwirken und aus diesem Grund wird Toffi heute das Intro begleiten. Es geht auch um ein richtig cooles Thema und zwar das Thema Hundepools. Der Sommer ist ja endlich da und du hast kein Pups, ey Toffi. Oh mein Gott, stinky. Also nochmal von vorne, der Sommer ist da und aus diesem Grund haben wir gedacht, testen wir für euch doch mal einen Hunde bzw. in unserem Fall ist es ein Kinderpool, den ich für die beiden besorgt habe. Im heutigen Video werden wir den Babypool von Intex einmal zusammen auspacken und einen ersten Praxistest durchführen. Wie ich aber genau zu diesem Modell gekommen bin, das möchte ich euch jetzt einmal kurz erzählen. Und zwar alle, die die mein Live Shopping Haul verfolgt haben, ihr wisst ja, dass ich einen Pool im Auge hatte. Einen Hundepool, der mir aber, ich bringe es jetzt einfach mal auf den Punkt, ein bisschen zu teuer war. Und aus diesem Grund habe ich mich nach weiteren Alternativen umgeschaut. Dabei sind auch Kinder- oder Babypools mir ins Auge gefallen. Ich habe sehr viele Bewertungen darunter gesehen von, Toffi ey, hör auf mich abzulenken, von Hundebesitzern, die geschrieben haben, dass der Pool eine super Alternative für Hunde ist. Also nicht nur für Babys und Kinder geeignet, sondern auch super für Hunde. Nun kommen wir aber zum springenden Punkt, wo ich auf jeden Fall noch kurz ein paar Worte zu sagen möchte. Und zwar hat mich eine Bewertung von einer Mutter, von einem Menschenkind, keinem Hundekind, ja, etwas zum Überlegen gebracht. Und zwar schrieb die, dass sie sehr lange nach einem Pool gesucht hat, der keine schädlichen Weichmacher hat. Und ja, so ist sie letztendlich auf diesen Intex Babypool gekommen, für den sie sich dann auch entschieden hat, mit dem sie zufrieden ist. An dieser Stelle dachte ich, Moment mal, ich hatte ja schon mal ein Video zu Weichmachern gemacht. Toffi, du pupst die ganze Zeit, oh mein Gott. Ich hatte ja schon mal ein Video zu Weichmachern gemacht in Hundespielzeug. Und da gibt es, wenn sich das bis jetzt nicht geändert hat, ich glaube es nicht, dass in den paar Monaten irgendwas anders geworden ist, gibt es keine Grenzwerte bei Hundespielzeug, was schädliche, krebserregende Weichmacher betrifft. Im Babyspielzeug gibt es aber gewisse, ja, Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Nun ist es ja so, dass Babys und Hunde eigentlich vom Verhalten, also vom Verhalten gleich sind, oh wow, vom Verhalten insofern gleich sind, dass sie alles in den Mund nehmen, ansabbern und ja, eventuell auch mal zum Beispiel jetzt in einem Pool das Wasser trinken. In diesem Fall habe ich angefangen zu schauen, aus was denn die meisten Hundepools sind. Und diese sind aus PVC. Und bei PVC ist es so, dass wirklich in den allermeisten Fällen, es sei denn, es ist wirklich genau vom TÜV in dem Fall geprüft, dass sie keine schädlichen Weichmacher enthalten, ist es so, dass sie diese enthalten. Wenn also auf eurem Hundepool draufsteht, dass dieser aus PVC ist, dann könnt ihr eigentlich zu 99% davon ausgehen, dass dieser schädliche Weichmacher hat. Was insofern etwas bedenklich ist, weil wenn man überlegt, der Pool steht wahrscheinlich in der Sonne und ist natürlich mit Wasser befüllt. Und gerade diese Kombination aus Wasser und Sonne löst Schadstoffe, die dann in den Organismus von eurem Hund, von eurem Kind, wie auch immer gelangen. Und das einfach, ja, nicht gut ist. Und gerade bei so einem Pool, wo ich halt weiß, die trinken da raus, ist das, finde ich, ja, so eine Sache, der man sich bewusst sein sollte. Ich möchte das Ganze auch nicht grundsätzlich verteufeln. Ich will einfach nur gerne darauf aufmerksam machen, dass man sich bewusst ist, was man für ein Produkt kauft und welche Risiken eventuell damit einhergehen. Möchtet ihr noch mehr über dieses Thema erfahren, dann könnt ihr gerne in der Infobox einmal nachlesen. Da habe ich euch nochmal alles verlinkt. Da steht das genau beschrieben. Da steht auch genau, auf was man achten sollte, was für Siegel der Pool haben sollte, wenn man wirklich hundertprozentig sicher gehen will, dass er keine Weichmacher und Schadstoffe enthält. Wir werden den Pool jetzt einmal zusammen auspacken und aufbauen und einen ersten Praxistest machen. Ich bin schon gespannt, was Milka und Toffi sagen. Und am Ende des Videos ziehe ich dann noch ein Fazit, wie wir den Pool wirklich finden. Das werden wir jetzt mal testen. Wir werden ihn mal aufbauen. Mal schauen, ob er einfach aufzubauen ist. Und dann dürfen die Mädels, Milka liegt da und schläft, das Ganze natürlich auch testen. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Wow, Leute! Ich kann hier einfach rein, in unseren noch leeren Pool. Also, ich bin auch nicht groß mit 1,63, aber wie cool ist das denn? Oha, ich glaube, das ist mein Pool und nicht euer Pool, Tobi. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, ob wir den tatsächlich hier stehen müssen. Wo ist Milka? Milka? Milka ist im Schatten. Komm mal her, schau mal! Guck mal! Milka, komm mal her! Milks, komm mal rein! Oh mein Gott, was ist das? Ein Pool für dich oder euch? Also, ja krass, erster Eindruck. Fettes Teil auf jeden Fall. Ich muss das hier nur nochmal gerade richtig drehen, damit das gleich auch ordentlich gefüllt werden kann. Ja, aber ich meine, es ist ein bisschen groß da, oder? Wow! 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 wie ihr gesehen hat haben wir den pool aufgebaut und ich muss sagen haben einen sehr guten ersten eindruck die 28 euro ist er auf jeden fall wert ich bin gespannt wie er sich weiterhin so schlägt und ob er weiterhin ja unsere zufriedenheit erfüllt was ich auf jeden fall sehr positiv finde es zum einen natürlich der preis ich finde 28 euro ist ein unschlagbarer preis dann macht er einen sehr stabilen eindruck die bewertungen dazu waren auch alle gut also es hat niemand geschrieben dass er in sich zusammenbricht oder reißt oder sonst was also da ist unser eindruck auch sehr gut des weiteren finde ich das ventil am boden sehr praktisch wenn man das wasser wieder auslassen möchte geht das sehr einfach im gegensatz zu anderen pools die hat kein ventil am boden haben und ansonsten also ich finde für unseren zweck ist jetzt auf jeden fall gut geeignet ich werde mich vielleicht auch das ein oder andere mal mit reinsetzen kommt natürlich darauf an wie sauber er bleibt bei den beiden aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus was man noch sagen sollte die stangen am rand sind gepolstert der boden allerdings nicht also wenn man jetzt den für babys oder für sich selbst nutzen möchte wobei da muss man ein kleiner erwachsener mensch sein oder sich irgendwie anders in den pool reinsetzen keine ahnung dann sollte man eine isomatte drunter legen weil es wirklich nur die folie ist und wenn man jetzt auf den rasen stellt dann denke ich geht es aber auf beton ist das ganze relativ hart und stört das nicht weiter und ja ich bin schon gespannt was die mädels sagen wenn wir noch ein bisschen mehr wasser einfüllen das werdet ihr dann auf instagram auch immer erfahren was da so los ist und ja ich hoffe euch hat das video gefallen ihr könnt mir gerne unten mal in die kommentare schreiben was ihr für einen pool habt oder ob ihr einen hundepool habt und ja was für einen ob ihr damit zufrieden seid ansonsten ja sagen wir tschau tschau genießt das schöne wette und wir sehen uns im nächsten video schon wieder bis dann ihr lieben